Getroffene Hunde bellen, sagt man ja landläufig so schön. Und ganz ehrlich, der Jahresrückblick von Dieter Nuhr im Öffentlich-Rechtlichen, das war halt auch mal was anderes als immer wieder diese Talkshows. Aber wenn es jetzt Menschen gibt, die auf Grundlage seines Jahresrückblicks Dieter Nuhr als rechts bezeichnen, dann sind die mittlerweile so weit links abgedriftet, dass mit denen ein wirklicher konstruktiver Diskurs nicht mehr zu führen ist. Denn wenn man da einmal schaut, wem sie selber auf Twitter folgen, dann sind das Menschen wie Sarah Bosetti oder aber auch Jan Böhmermann. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr wahrscheinlich trotz des ganzen Weihnachtsstresses die Zeit gefunden habt, euch wieder in meiner kleinen Küche einzufinden. Man kann nun mal wieder fragen, was darf Satire? Und viele von euch oder viele überhaupt werden die Frage mit einem ja alles beantworten. Aber auch Satire findet seine Grenzen ja im, sagen wir, guten Geschmack. Also wenn man zum Beispiel sich hinstellt auf offener Bühne und davon fabuliert, dass man doch Rentnern ab 70 ein sozialverträgliches Ableben wünscht, anstatt bei Migranten zu sparen oder ganze Bevölkerungsteile als den Blinddarm einer Nation zu bezeichnen. Und wir alle wissen, man kann halt auch ohne einen Blinddarm leben. Dann sind da Grenzen überschritten. Und die Linken hier in unserer Gesellschaft, die tun das ganz gerne. Sie nutzen die Satire und überschreiten damit nicht nur Grenzen, sondern schießen meist auch über das Ziel hinaus. Aber eine wirkliche Empörung in den Medien kann man da nicht wirklich vernehmen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Linken, sage ich mal, in ihrer eigenen kleinen Welt, zwar so wie Sarah Bosetti oder aber auch Jan Böhmermann viele Follower haben, auf Neudeutsch gesagt, aber man sie in der realen Welt, also da draußen, wenn man durch die Haustür geht, nicht wirklich ernst nimmt. Aber anders scheint es zu sein, wenn sich diese kleine, heile, linke und woke Bubble angegriffen fühlt und wenn man ihr quasi den Spiegel vors Gesicht hält. Und genau dies ist halt auch das Erfolgsrezept von Dieter Nuhr. Er hält nicht nur der Gesellschaft den Spiegel vor, also uns allen, er hält vor allen Dingen diesen linken Zeitgeist den Spiegel vor. Und ich persönlich, ja, ich liebe politisches Kabarett. Also seitdem ich das erste Mal Volker Pispas gehört habe, und wahrscheinlich werden viele von euch Volker Pispas kennen, ja, seitdem kann ich mich durchweg dafür begeistern. Ja, und das ist natürlich für diese zartbeseiteten, linkswogen Schneeflöckchen, ja, ein absolutes, auch auf Neudeutsch gesagt, No-Go, wenn man sie in ihrer Wohlfühloase dort ein wenig stört. Aber ist euch mal aufgefallen, dass viele Linke oder auch Menschen, die sich selber als links, ja, bezeichnen, dass die irgendwie mürrisch durch die Weltgeschichte laufen? Also die sehen alle irgendwie aus wie Ralf Stegner. Und so, ja, so handeln sie im Grunde genommen auch. Denn mit Humor kommen die Linken anscheinend nicht wirklich klar. Aber das mag auch meine subjektive Erfahrung sein, und das nur mal am Rande. Ja, ja, war ein deplatzierter Gassenhauer, ich weiß, aber ich wollte halt auch einmal witzig wirken. Was aber wirklich mich zum Lachen gebracht hat, das war dieser Jahresrückblick. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, ja, wie wirklich diese Linken oder selbsternannten Linken, besser gesagt, darauf reagiert haben. Denn jetzt habe ich schon die ganze Zeit davon gesprochen. Jetzt möchte ich euch auch die entsprechenden Belege einmal zeigen. Das war's für heute. also meine lieben festhalten kann man humor ist wenn man trotzdem lacht und wenn es dann diese ja schein latte mit mandelmilch schlürfenden lasten fahrrad fahrenden links grünen woken yuppies trifft und die sich dementsprechend so aufregen dass die schaum vom mund kriegen dann weiß man ja man hat alles richtig gemacht und ganz ehrlich mir hat mein kaffee heute morgen komischerweise besonders gut geschmeckt und mit diesen worten der wirklich absoluten empfehlung sich den jahresrückblick von dieter nur einmal anzuschauen und mit der bitte dass wenn euch dieses video gefallen hat diesem video doch gerne ein like diesem kanal vielleicht ein abo und dem kommentarbereich also spricht dem algorithmus wieder futter zu liefern verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch ein gesegnetes weihnachtsfest beste gesundheit und ich hoffe dass wir uns dann beim nächsten video hier einmal wiedersehen werden